Ja, warum? Warum? Ja, erzählen Sie aber, warum wollen Sie mich hier nicht? Ja, aber warum wollen Sie mich hier nicht? Wir leben nur im freien Land, muss man doch jeden haben dürfen, oder? Oder warum denn nicht? Was ist denn Ihr Problem? Weil wir euch nicht diskutieren. Warum kann man? Ja, dann diskutieren wir. Aber Sie sagen, wieso? Ja, was? Was konkret? Hey, die ist doch hier zu Hause. Was konkret ist denn Schwachsinn? Was konkret ist denn Schwachsinn? Hey, das können Sie nicht schon weg. Warum sind Sie... Oh, jetzt wird ja noch ein Blumentopf auf mich geschmissen. Also hier. Und Sie lobt das auch noch. Sie sagt jetzt. Also er hat hier einen Blumentopf auf mich geschmissen. Das ist hier. Also da müsste man eigentlich zur Polizei und müsste eine Anzeige machen. Hat das jemand gesehen? Sie haben... Gehen wir zur Polizei, ja. Gehen wir zur Polizei. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich möchte was anzeigen. Ein Herr hat gerade einen Blumentopf auf mich absichtlich geschmissen. Er ist Zeuge. Sie haben mich unten geschimpft. Und also der ist knapp an meinem Kopf vorbeigegangen. Reitschuster ist mein Name. Und das ist kein Spaß mehr. Also das ist eine... Ich versuchte... Oben auf dem Balkon. Er hat das Ganze gesehen. Da waren auch noch andere. Also das ist versuchte... Gefährliche Körperverletzung. Ich würde vorschlagen, Sie kommen jetzt einfach mit. Genau. Ich komme dann zurück. Genau. Also wirklich heftig. Man wird hier mit Blumentopf... Mit dem Blumentopf wird man... Haben Sie es gesehen, ja? Aber Wasser kam öfter runter. Wasser kam auch runter. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Was ist da noch mal schamlos? Ich schaue jetzt nochmal, ob da noch irgendjemand ist. Die Polizei hat jetzt auch hier keinen großen Ermittlungseifer gezeigt. Mal schlafen. Also das ist kriminell einfach. Das ist wirklich kriminell. Aber hier, die Flagge passt doch dazu. Das ist die tolerante... Die tolerante Flagge hier sehen. Aber die Polizei wird jetzt dann... Also dieser Balkon war das, wo dieses Regenbogen... Wo dieses Regenbogenherz dran ist. Und das ist der Blumentopf hier unten. Ja, da war also Keramik war auch dabei. Also war nicht ganz... War nicht ganz ungefährlich. Also wie haben Sie es denn gesehen? Ich kam da um die Ecke, um die Ecke gefahren. Und sehe halt wie eine Ofen... Es gab ja Steitereien. Dadurch war die Aufmerksamkeit dahin gelenkt. Und genau in dem Moment wurde der Blumentopf gezielt... Auf meinen Kopf. Also von oben, von dem Heim.